Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das Video, welches ich heute für euch aufnehme, ist ein Thema, wo ich mich schon seit Länge mit beschäftige. Und es gibt natürlich keine Zufälle. Es gab jetzt die Mail einer Zuschauerin, die mir genau zu diesem Thema ein wunderbares, anderes YouTube-Video noch geschickt hat. Es handelt sich nämlich da in diesem Video und auch in meinem Video um den Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Zwischen Spirit, Geist, Körper und natürlich Körper und Seele. Eine gesunde Seele wohnt in einem gesunden Körper. Wenn die Seele gesund ist, dann ist auch der Körper gesund. Und wenn der Körper gesund ist, ist auch die Seele gesund. Es ist eine Kombination. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass der Körper auf die Seele reagiert. Und ich denke, es fällt wahrscheinlich fast allen von euch auf, dass wir, obwohl wir in einer Zeit leben, in der wir davon ausgehen, dass wir immer weiterentwickelt sind, dass wir immer neue Technische, immer neue Elektronische, immer neue IT, immer neue Entwicklungen, immer neue Erfindungen auch haben. Wir leben in einer Zeit, in der wir eigentlich davon ausgehen könnten, dass es uns so gut gehen könnte wie noch nie. The sky is the limit. Nein, nicht the sky is the limit. Andere Planeten sind schon the limit. Ja, wir wollen so viel und wir können auch sehr viel. Wir können heute mit jemandem praktisch in Echtzeit, nur mit wenigen Millisekunden Verzögerung telefonieren und das sogar mit Bild. Etwas, wo man vor 100 Jahren sogar noch gesagt hätte, das ist Zauberei, das kann überhaupt nicht sein. Wir sind so weit fortgeschritten und wir haben so viele tolle neue Entwicklungen in Gang gebracht. Mithilfe natürlich des Schöpfers, ja, denn nichts geschieht ohne seine Zustimmung, ohne seine Unterstützung, auch die schlimmen Dinge, weil wir daraus lernen sollen. Aber gleichzeitig sind wir Menschen weltweit so ungesund wie selten, so ungesund wie noch nie. Nicht nur der Körper, ja, der Körper ist bei vielen Menschen sehr, sehr ungesund, auch der Geist, ja, Depressionen, Schlafstörungen, Angststörungen, Sorgen, Kinder, die nicht schlafen können, ja, sogar kleine Kinder, die schon Mittelchen bekommen, damit sie schlafen können, Kinder, die Medizin bekommen, Kinderkrankheiten wie ADHD, der Zappelphilip, ja, früher war das der Zappelphilip, heute hat das alles einen Namen, Kinder, die Angststörungen haben, die Depressionen haben und, und, und. Woher kommt das? Ja, woher kommt das eigentlich? In diesem Video, welches die Zuschauerin mir geschickt hat, geht es tatsächlich auch um den Zusammenhang der, ja, von Menschen, die einem nicht gut tun, von Entwicklungen, die einem nicht gut tun und die Auswirkungen dessen auf den Körper. Und je mehr Menschen ich um mich herum habe, die mir nicht gut tun, von denen ich mich vielleicht auch nicht trennen möchte, falsche Freunde, falsche Verwandte vielleicht auch, ja, je weniger ich mich von diesen Menschen fernhalte, desto mehr wird mein Körper darauf reagieren. Und manchmal sind es ganz extreme Situationen. Aber wir leben in einer Zeit, in der das nicht nur bei unseren Freunden oder Bekannten und vielleicht sogar bei unseren Verwandten der Fall ist, sondern tatsächlich bei sehr vielen Menschen auch am Arbeitsplatz und bei sehr vielen Menschen auch tatsächlich bedingt durch diejenigen, die das Sagen haben in einer Gesellschaft. Wenn ich das Gefühl habe, dass Dinge, die mich belasten, nicht mehr angesprochen werden können, wenn ich das Gefühl habe, dass es ein Chaos gibt und gleichzeitig wird versucht, mir einzureden, dass das, was ich fühle, dass das, was mein Bauchgefühl mir auch sagt, meine Intuition mir sagt, dass das alles nicht stimmt, nicht stimmen kann oder dass ich damit falsch liege oder dass das alles nicht so ist. Je mehr wird natürlich mein Körper auch darauf reagieren, desto mehr wird mein Körper auch mit Ängsten, mit Sorgen und auch womöglich mit einer Depression reagieren oder auch mit einer, ja, mit einem körperlichen, mit einer körperlichen Reaktion zum Beispiel, wo ich dann versuche, mich zu trösten mit Süßigkeiten, mit Essen, mit Alkohol, mit anderen Geschichten. Auch das ist alles eine Folge einer Situation, in der ich mich befinde, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil ich Dinge sehe, Dinge erkenne, die da sind, die aber nicht angesprochen werden dürfen. Wenn, und jetzt nehme ich das Wort beim Namen, wenn zum Beispiel Narzissmus die Überhand genommen hat in Führungspositionen, und wir wissen alle, da haben wir schon oft drüber gesprochen, hier in diesen Videos, und wir wissen alle, dass um eine absolute Führungsposition in der Gesellschaft, so wie wir sie heute hier aufgebaut haben, einnehmen zu können, dazu gehören oft gewisse narzisstische Züge. Und ich drücke es vorsichtig aus, narzisstische Züge. Je mehr ich aber das weiter in eine Richtung entwickle und je weniger ich es erlaube, dass es sozusagen Widerspruch gibt oder Kritik, desto mehr sorgt das unter Umständen dafür, dass eine ganze Gesellschaft krank wird. Und das haben wir im Augenblick weltweit, zumindest in den westlichen Ländern, sehr erkennbar. Immer mehr Menschen, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Immer mehr Menschen, die Angst haben vor morgen. Immer mehr Menschen, die sagen, das, was ich spüre, was mir mein Bauchgefühl sagt, und das, was ich sagen darf, und das, was ich höre, das passt nicht mehr zusammen. Eins und eins ist nicht zwei. Und Menschen werden dann krank. Der Körper reagiert darauf. Der Körper versucht, das zu verarbeiten. Was kann ich tun? Das ist ja immer das, wo wir hier in diesen Videos auch sehr, sehr oft darüber reden. Wie gehe ich damit um? Da sind wir wieder bei diesem, wirklich bei diesem Punkt, wo ich hier wirklich immer wieder, immer wieder, immer wieder darüber rede, die Verbindung zu dem, woher wir kommen. Die Verbindung zu unserer Quelle. Es gibt keine andere Lösung. Es wird nie eine Lösung aus der Politik geben, kann es nicht geben, aus dem Grund, wo wir hier gerade drüber sprechen. Ganz im Gegenteil. Immer mehr Menschen haben Depressionen. Immer mehr Menschen fühlen sich krank. Immer mehr Menschen wissen nicht, wie es weitergeht und machen sich auch Sorgen um morgen. Und es wird auch von vielen Medien noch mal ein bisschen angestochert. Nächstes Jahr gehen die Preise noch mal hoch. Nächstes Jahr wird das noch mal schlimmer. Nächstes Jahr könnt ihr euch das nicht mehr leisten. Nächstes Jahr gibt es wieder neue Einschränkungen. Und, und, und. Medien leben von der Negativität, von der Sensation. Es ist tatsächlich die negative Seite. Die Medien füttern uns mit dieser negativen Seite. Sie arbeiten im Auftrag dieser Angstmacherei, vielleicht wie man es nennen darf. Aber was können wir tun? Wie können wir damit umgehen? Ganz einfach. Die Verbindung behalten. Nicht suchen. Die Verbindung behalten zu dem, wer wir wirklich sind. Zu der Quelle. Zu unserer Seele. Und damit natürlich auch zum Schöpfer. Die Verbindung zum Schöpfer. Diese Verbindung behalten. Respekt vor mir selbst. Die Liebe vor mir selbst. Die Liebe damit auch zu anderen Menschen. Zu den Menschen, die mir nahe sind. Das Glück suchen. Auch und vor allen Dingen in kleinen Dingen. Ich habe so eine wunderbare Geschichte gehört dieser Tage, wo jemand erzählt hat, so wie du das Blatt von einem Baum behandelst, so behandelst du andere Menschen. So behandelst du Tiere. So behandelst du die Natur. Und wie oft machen wir das? Wir fegen die Blätter einfach weg. Wir rupfen ein Blatt ab von einer Pflanze. Manchmal müssen wir das, weil die Blätter schon ein bisschen verwelkt sind. Warum reden wir nicht mit der Pflanze und sagen, liebe Pflanze, ich führe jetzt eine Operation durch. Deine verwelkten Blätter, die werde ich dir jetzt abnehmen, weil sie schwer geworden sind, damit du wieder atmen kannst und wieder weiter wachsen kannst. Auch bei Bäumen. Und wenn der Baum die Blätter verloren hat im Herbst und ich fege sie zusammen und ich sage zum Baum, danke, dass du deine Blätter verloren hast, denn nur so kannst du wieder weiter wachsen, kannst im nächsten Frühjahr wieder uns mit wunderschönen Blumen, kannst du uns glücklich machen. Ich fege jetzt mit Liebe diese Blätter beisammen, damit ich sie wirklich dann ordentlich entsorgt habe und damit alles wieder schön aussieht. statt zu sagen, zu schimpfen und zu sagen, oh, jetzt hat er die Blätter verloren, jetzt habe ich wieder viel Arbeit und, und, und. die Verbindung zu meiner Seele, die Verbindung zu den kleinen Dingen. Das ist das, was uns hilft im Umgang mit dem, was gerade weltweit passiert. Es ist tatsächlich der Versuch, weltweit, weltweit uns vielleicht auch einzuschüchtern. Aber es wird nicht funktionieren, denn immer mehr Menschen merken, was los ist und verbinden sich mit ihrer Seele, mit ihrer Quelle. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.